So, Andi Taui, wie sieht's aus dahinten? So, also nochmal zusammenfassen, Team 4 ist quasi schon durch, ist im Finale. Jetzt steht 1 zu 0, er ist nur 8 in gewonnen, jetzt das zweite Duell. Drei, zwei, eins, los geht's! Oh, 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 das ist eine ganz enge Kiste, ganz enge Kiste, Achtung, Achtung! Ja, 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 jetzt wird's ganz eng, jetzt wird's, und da ist es, und da ist es, 2 zu 0! 2 zu 0, 2 zu 0. So, jetzt noch einmal bitte, die ersten beiden Teams, es geht ja schließlich.